Lange ist es her, endlich bin ich wieder zurück mit der neuen Folge der Spielerkarriere. Ich möchte euch um Verzeihung bitten, dass es so lange gedauert hat. Bei mir kam Online-Studium, von der Arbeit, von der Ausbildung einiges mit dazu. Dann hatten wir die Karrierewoche und ich bin einfach nicht mehr dazugekommen. Jetzt hatte ich die Woche Urlaub, konnte ein bisschen aufnehmen. Dementsprechend geht es jetzt weiter. Sorry für die lange Abstinenz. Ich hoffe aber trotzdem, euch gefällt das Video und ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, wenn ihr euch über das kleine Comeback wieder freut, alles was euch auf dem Herzen liegt bezüglich der Spielerkarriere. Schreibt das bitte in die Kommentare und seid ihr neu auf dem Kanal und wollt nichts mehr verpassen. Lasst ein kostenloses Abo da, wie auch ein Abo auf Instagram. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Festgeklein und direkt mal ganz kurz, was ist die letzte Zeit eigentlich passiert? Wir sind von Wolfsburg nach München gewechselt, haben bereits zwei Spiele gemacht, zwei Vorlagen. Jetzt kommt es zum absoluten Kracher gegen den BVB. Wir gucken mal im Kalender, was ist so passiert. Wir hatten die Spiele gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg, also das Spiel gegen den ehemaligen Klub von uns. Ja, für uns ganz, ganz wichtig, dass wir gut reingekommen sind. Jetzt ist es das Viertelfinale im Pokal. Gegen Gladbach werde ich dann auch noch spielen. Dann simulieren wir, glaube ich, gegen Freiburg und auch Union. Vielleicht spielen wir dann nochmal Dortmund. Wir müssen einfach mal gucken. Vielleicht simuliere ich auch hier den BVB, um nochmal gegen Bremen zu spielen. Um dann halt in der nächsten Folge den März, den April und vielleicht auch schon den Mai in eine Folge mit reinzupacken. Wobei, wenn wir im Pokal weiterkommen, was ich natürlich hoffe, ist das dann halt auch eine Sache, die man sich nochmal gut überlegen muss. Hier also auf der 10, Signal Iduna Park. Es ist der deutsche Klassiker. An den Trikots werde ich ein bisschen was ändern. Und dann würde ich sagen, fucken wir gar nicht so lange und starten direkt rein. Denn ich will hier heute auf jeden Fall weiterkommen. Signal Iduna Park, K.O. Spiele und für mich erstmal wieder ein Stück weit Eingewöhnung. Wie geht das Ganze hier von dieser Kameraperspektive? Wie kann man irgendwie die Platzierung halten? Wie mache ich Pressing und so weiter und so fort? Aber ich habe es, glaube ich, schon wieder ganz gut raus. Wir auf der 10, auf der Position, wo wir uns so wohlfühlen. Und vorne wollen wir Lewandowski bedienen. Und alleine, dass wir in der Startelf stehen, zeugt halt auch wieder direkt mal vom Vertrauen des Trainers. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Alles andere ist jetzt erstmal zweitrangig. Ist egal, wir wollen nach vorne. Wir kommen jetzt über Serge Gnabry, der die Kugel eigentlich kurz zu mir spielen sollte. Macht er nicht. Kein Abseits von uns. Wir warten da schön. Und sind dann hier schon im 16er. In der Mitte ist Robert Lewandowski. Und schon Martin. Achte Minute. Was für ein schnell ausgeführter Konter. Was für eine Riesenchance. Und der Ball von uns auf Lewandowski war dann leider etwas zu hektisch. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Einen Schlenker machen. Da steht ja ganz frei. Die Idee war gut. Die Ausführung halt leider nicht. Und so lassen wir die erste Großchance in diesem Spiel liegen. Und jetzt aber sind wir dran beteiligt. Das ist Kingsley Coman. Junge, zieh doch aufs Tor. Kingsley Coman. Mach ihn. Kingsley Coman. Roman Möcki. 15. Minute. Das ist die nächste Großchance im Spiel. Dortmund probiert das Spiel zu machen. Aber dann sind wir eigentlich in der Verteidigung ganz stabil. Und auf der anderen Seite gibt es halt wieder die Konterchancen. Das hier ist Coman erneut auf uns. In der Mitte haben wir hier. Ich kann es euch gar nicht sagen. Hernandez. Genau das Ding ist aber weg. Und vielleicht schlägt uns der BVB jetzt mit den eigenen Mitteln. Was bedeutet Konterfahren? Lewandowski. Lewandowski. Und da ist es. 33. Minute. Vorarbeit. Leon Goretzka. Wir machen die Lücke schön frei. Weil wir natürlich auch Matip so ein bisschen an uns binden. Der muss dann aber rausrücken. Wobei das war dann Emre Can. Ist der Kapitän. Scheint tatsächlich so. Und dann Lewandowski hier gegen Bürki mit dem starken rechten Fuß. Unten rein. Keine Chance für ihn. Saisontornummer. Ich bin echt gespannt. Es ist das Erste. Achso. Es ist auch der DFB-Pokal. Ist ja klar. Hatte ich vergessen. Wir sind zwar nicht direkt dran beteiligt. Aber das ist egal. Denn die Mannschaftsleistung bis hierhin stimmt. Und somit führen wir gegen den BVB. Es gab gerade oben die Nachricht. Lewandowski wohl mit seiner letzten Saison im Bayern-Dress. Auch da wird sich hinsichtlich der neuen Saison einen neuen Sturmpartner bei uns vorne auf jeden Fall vorgestellt. Ich bin extrem gespannt. Hab richtig Bock. Und jetzt heißt es erstmal das 1 zu 0 halten. Und am besten vorne noch weitere Tore erzielen. Das war ein riskanter Ball. Aber da konnten wir nichts dafür. Das ist Haaland. Hernandez. Und dann Jimenez. Und wir mit der Kugel haben die Kontrolle. Und wollen natürlich am besten mal wieder kontern. Alaba. Alaba. Gnabry. Wie komme ich denn auf Alaba? Naja. Egal. Das hier sind auf jeden Fall wieder wir. In der Lücke ist Lewandowski. Und dann ist es Serge Gnabry. Und dann sind es wir. Warum kommt die Kugel überhaupt zu uns? Ich dachte, der schießt selber. Ich habe doch nicht mal angefordert. Oder bin ich aus der Sinn draufgekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt Gnabry. Komm Junge. Geh doch in die Lücke. Da muss er doch selber draufkommen. Es muss hier eigentlich schon 2 zu 0 stehen. Mindestens. Die Annäherungen sind so gut. Somit bleibt es beim knappen 1 zu 0 zur Pause. Wir gehen aber trotzdem ziemlich zuversichtlich in die zweite Halbzeit. Klar, 46. Minute. Da kann auch immer alles passieren. Der BVB lebt noch. Und wir wissen auch, dass Gegentore bei Bayern auch passieren können. Jadon Sancho. 57. Minute. Sancho. Ist das gut gespielt? Julian Brandt ist ganz allein in der 58. Minute. Und somit ist das 1-1 völlig verdient. Es ist abseits. Es ist abseits. Oh mein Gott. Das ist so glücklich jetzt tatsächlich. Weil das war eine riesen Konterschance. Es ist ein ganz okayes Spiel von uns. Aber auch nicht wirklich richtig gut. Ich bin nicht ganz zufrieden. Jetzt kommt wieder mal der BVB. Da muss Neuer jetzt ran gegen Guerrero. Und jetzt ist der Überstor. Der BVB mit einer Doppelriesenschance. Das abseits davor. Das muss man sehen. Das darf niemals abseits sein. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, dass es 1 war. Aber anstelle von Sancho. Dann mach ihn selber. Bevor es halt irgendwie zu der Abseitssache kommt. Wie jetzt eben ja auch der Fall war. Naja. Egal. Uns kann es egal sein. Es steht noch immer 1 zu 0. Und wir versuchen es nach vorne. Von C. Davis gegen Meunier. Es ist jetzt ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir müssen halt irgendwie schauen, besser reinzukommen. Ja. Aber naja. Da muss halt die ganze Mannschaft dann auch mitspielen. Erling Haaland. Und jetzt ist er drin. 1-1. Die 76. Spielminute. Auf der anderen Seite lassen wir die Chancen liegen. Aber das hat sich der BVB jetzt auch verdient. Ja. Riesenlücke. Es ist Lucas Hernandez, glaube ich, der da rausdrückt. Und Haaland, der dann trifft. Jetzt wird Kriminez vom Feld. 15 Minuten noch. Auch wir sind eigentlich glatt. Es riecht aber fast nach Verlängerung. Außer es ist noch irgendwie der Lucky Punch. Kommen wir zurück nach diesem kleinen Rückschlag. Oder nach diesem Nackenschlag. Oder dreht der BVB vielleicht die Partie noch komplett. Ja. Was wir nicht hoffen wollen. Naja. Egal. Weiter Konzentration. Noch knappe 12 Minuten. Vielleicht sogar eine Viertelstunde inklusive Nachspielzeit. Wo wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, war die zweite dann leider im Gegenzug einfach viel zu wenig. Ja. Ich bin auch tatsächlich mit uns nicht zufrieden. Das habe ich schon gesagt. Jetzt gehen wir also in die Verlängerung. Unten 1-1. Leistungsgerecht. Halbzeit 1-4. Halbzeit 2 Dortmund. Und dementsprechend, es ist halt wirklich das Spiel auf höchstem Niveau. Wenn der Schiedsrichter das jetzt laufen lässt, ist es wohl die nächste Chance für uns. Das ist Leroy Sané. Und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Und die Vorlage kommt von uns. Genau so ist es nämlich. 107. Die nächste Minute. 105 plus 2. Bier auf Sané. Der ja frisch für Gnabry kam vorhin. Und dann mit dem schwachen Rechten schön ins lange Eck. Es ist das 2-1. Wir führen in der Verlängerung. Das ist für uns jetzt ein kleines Polster. Der Wadowski geht. Luka Jovic kommt dafür rein. Grüße aus der Frankfurt-Karriere auf jeden Fall zum Serben. Es ist die 2-1-Pausenführung. Nehmen wir natürlich mit. Trotzdem müssen wir auch festhalten, dass eigentlich in den jetzt ersten 15 gespielten Minuten in der Verlängerung nur der BVB gespielt hat. Zwar ohne nennenswerte Chance, aber Ballbesitz gab es für uns nicht. Wir haben einmal den Ball geklärt. Und das war halt eben der Klärversuch, der dann zum Konter wurde und somit auch zum Tor. Ja, dementsprechend. Wir werden uns jetzt auf die Defensive konzentrieren. Ich laufe so schon die ganze Zeit mit zurück. Ist jetzt ganz, ganz wichtig einfach. Und das wäre kämpferisch. Auch für die ganze Mannschaft. Halt so ein krasser Push jetzt. Jetzt die wahrscheinlich letzte Chance. Torgan Hazard. Ja, der Ball muss in die Mitte. Der Ball kommt gut. Das ist aber der Ball für Neuer. Und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gewinnen im Signal Iduna Park mit 2-1 nach Verlängerung. Wenn es auch etwas glücklich ist, ein Unentschieden bzw. den Weg Richtung Elfmeterschießen, hätte sich der BVB verdient gehabt. So ist es glücklich für uns. Nimmt man aber mit. Und somit stehen wir im Halbfinale des DFB-Pokals. Nach der englischen Woche waren wir platt. Wir werden in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt. Ja, auch das kann bei Bayern mal passieren. Schnellsimulation, Upamecano und Fred. Könnte man einfach tauschen. Und auch Mukiele, Jiménez. Aber das sind Themen. Die sind wir schon so oft durchgegangen. Schnellsimulation heute ohne uns. Wird es genauso erfolgreich. Es wird ein 3-0. Es ist Gnabry. Sané verschießt den Elfmeter. Dann macht das aber wieder gut. Und nochmal Gnabry. Wir lassen Gladbach keine Chance. Bleiben weiter auf dem Tabellenplatz Nummer 1. Was für uns auch wichtig ist. Denn wir wollen jetzt auch noch, ich würde sagen, Freiburg und Union simulieren. Sodass wir gegen den BVB vielleicht sogar schon eines der entscheidenden Spiele um die Meisterschaft nochmal selber spielen können. Wir stehen mal wieder in der Startformation. Gehen aber rein. Ja, wie gesagt, auswärts gegen Freiburg. Drei Punkte. Eigentlich Pflicht. Und diese Punkte holen wir auch rein. Es ist Jovic. Steffi Lewandowski gespielt hat, glaube ich zumindest. Coman und dann nochmal Jovic. Jetzt gehen wir weiter. Gucken auf unsere Statistik. Dortmund schlägt auch Gladbach. Die bleiben also weiter dran. Das war jetzt unser viertes Spiel von Anfang an. War eine Vorlage mit dabei. In dem Fall jetzt leider nicht. Aber ganz ehrlich, das ist eher zweitrangig. Denn der volle Fokus liegt natürlich auf den Kampf in der Meisterschaft und auf die komplette Mannschaft. Da ist es nicht ganz so wichtig, ob wir minimum eine direkte Torbeteiligung pro Partie haben. Wir stehen wieder in der Startelf. Wollen uns natürlich selbstverständlich beweisen an der alten Försterei. Wir simulieren aber auch das. Die lange Simulation geht ja leider nicht. Es ist ein 1 zu 5. Wir haben eröffnet. Leroy Sané. Dann ist es Jovic. Dann Musa mit dem 1 zu 3. Ja, eigentlich nur kosmetisch. Dann ist es Jimenez und es ist Fred. Und wir haben absolut abgeliefert. Was war das für ein Spektakel? Wir haben getroffen. Das erste Tor also im Dress vom FC Bayern München. Und auch das ist wichtig. Aber nicht nur das. Wir haben sogar noch ein Spiel vorbereitet. Ein Spiel, ein Tor vorbereitet. Und sind jetzt nach diesem Spiel top vorbereitet für den Klassiker. Nicht im Pokal, sondern in der Liga. Denn der BVB ist uns ganz dicht auf den Fersen. Und somit heißt es auch, verlieren verboten in dem jetzt anstehenden Spiel gegen Borussia Dortmund. Samstag vermutlich das Abendspiel. Gucken wir mal drauf, ob sie den Schritt mitgehen konnten mit einem Sieg. Genau so ist es. Wenn wir gewinnen, haben wir 5 Punkte Vorsprung. Wenn wir verlieren, holt der BVB Big Points und zieht kurze Zeit zumindest mal an uns vorbei. Gehen wir also rein, diesmal in den wirklichen Auswärts-Trikots. In den hellgrauen Trikots. Weiß, hellgrau, irgendwie sowas. Die gelbe Wand der BVB. Ja, wir haben ja glaube ich auch im Pokal auswärts gespielt. Ich meine schon. Von daher, die Atmosphäre sind wir gewöhnt. Wir können also auf jeden Fall komplett Gas geben. Wollen wir auch. Wir direkt im Zweikampf. Wichtig reinzukommen. Dortmund wird das Spiel machen wollen. Ja, sie wollen auf jeden Fall die Revanche nach dem Aus im Pokal. Aber wir wollen in der Liga am besten alle Träume auf nationale Titel des BVBs zerstören. Jetzt setzen wir uns mal im 1 gegen 1 durch und prüfen Bürki. Das ist die erste Möglichkeit im Spiel. Ansonsten ist das tatsächlich bis hierhin Mangelware. Luka Jovic mit der Idee wieder mal für uns. Ja, jetzt hat der BVB wieder die Kontrolle. Es ist ein sehr krasses Mittelfeldgeblänke. Es passiert nicht ganz so viel. Dortmund will, Dortmund probiert im letzten Moment aber wir in der Verteidigung da. Oder halt eben Neuer, der bisher aber nur einmal eingreifen musste, wie jetzt auch Bürki. Ansonsten spielen wir es auch bis zum 16er-Rand, wo wir dann auch nicht weiter durchkommen. Ja, keine Ahnung. Es ist ein 0-0. Das glaube ich auch gemessen an den Spielanteilen und an dem ganzen Verlauf bis hierhin komplett in Ordnung ist. Wenn aber ein Tor passiert, nimmt man das egal auf welcher Seite mit. Einfach für ein bisschen mehr Action. Aber natürlich wollen wir treffen. Aber wenn Dortmund trifft, müssen wir halt mehr ins Risiko gehen. Es kann nur besser werden. Das will ich damit sagen. Jovic mit dem Traumball für Leroy Sané. Und dann schießt er nicht selber, sondern will nochmal vorbereiten. So was wieder glücklich vor der Pause würde man eigentlich mitnehmen. Aber weiter bleibt es beim torlosen 0-0. Und wenn, dann sind es oftmals einfach nur Zufallsprodukte. Gerade als Zehner, als Spielmacher sind wir ja mehr oder weniger gebunden als Offensivspieler. Dass wir dann halt da genau solche Situationen bekommen. Es gibt aber nicht so viele. Wir machen aber ein ganz gutes Spiel. Für das, dass es vorne nicht so viel gibt. Machen wir es aber echt in Ordnung. Wir sind der Einzige, der vorne irgendwie die ganze Zeit probiert, macht und tut. Ja, aber wie gesagt, wir sind halt an offensiven Fußball eigentlich gewöhnt. Und wenn wir den nicht bekommen, dann kommen wir auch nicht richtig ins Spiel. Wer jetzt aber ins Spiel kommt, ist Erling Haaland. Es ist das 1-0. Was für ein Abschluss vom Norweger. Das Biest da vorne drin. Ja, solche macht er halt mal. Das ist auch wieder mal, ja, ich sag mal ein fettes Zeugnis seiner individuellen Qualität. Es ist einfach eine absolute Maschine. Das muss man so lassen und Dortmund führt nicht unverdient, weil sie, glaube ich, schon ein bisschen mehr machen als wir in dem Spiel. Dortmund hat jetzt die komplette Kontrolle. Ja, nach diesem 1-0 finden wir gar nicht mehr statt. Wir kommen nicht mehr rein. Ja, wenn es was gibt, dann machen wir es vorne. Ja, aber Jovic und wir, das passt einfach noch nicht zu 100 Prozent. Aber woher soll es auch kommen? Ja, ohne die nötigen Absprachen. Jetzt haben wir also eine Doppelspitze. Wir jetzt als linker Stürmer eingeteilt. Jetzt müssen sie erst mal ran gegen Lars Bender. Hinten drin kann ich jetzt nicht mehr so viel Unterstützung leisten. Das ist Haaland, der setzt sich wieder mal bombastisch durch. Das ist Bender und ja, das macht der BVB wie beim Handball. Ja, hier ist es halt einfach ein Rechteck. Beim Handball ist es der Halbkreis, wo man so rumspielt, bis man dann zum Abschluss kommt. Und eigentlich ist es gefühlt halt nur eine Frage der Zeit. Jetzt haben wir aber mal die Kugel. Müssen es irgendwie übers Zentrum probieren. Leon Goretzka, das ist Florian Neuhaus. Die Kugel ist mit Glück noch bei uns. Und jetzt können wir vielleicht mal ein paar Meter gehen. Das ist Jovic. Nee, es ist Lewandowski, der mittlerweile gekommen ist. Aber das ist dann halt auch wieder der Rückwärtsgang. Wir dürfen eigentlich nicht verlieren. Das ist hier das Einzige, was verboten ist. Und jetzt kommen wir und jetzt machen wir es! 85. Minute. Let's go! Tor in München! Fratello ist die Lebensversicherung beim FC Bayern München. Der Stand jetzt dafür zuständig ist, dass wir weiter von der Tabellenspitze grüßen. Lewandowski mit einem Weltklasse-Ball. Wo ich davor gesagt habe, die Absprache mit Jovic passt nicht. Passt sie umso mehr hier mit Robert Lewandowski. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit haben wir die Tabellenspitze wieder zurück. Aber das heißt auch hier noch immer nichts. Es sind nur zwei Punkte. Es kann zu jedem Zeitpunkt noch immer wieder einen Wechsel der Führung in der Bundesliga geben. Und vielleicht gibt es sogar noch den Siegtreffer. Das ist Comand. Jetzt muss der Ball eigentlich in die Mitte kommen. Aber dann ist es hier Emre Can. Und die Kugel ist geklärt. Der muss halt vorher reinkommen. Es ist das 1-1. Das nehmen wir mit. Völlig in Ordnung. Dortmund 1, wir 1. Und wir sind der Torschütze. Und natürlich jetzt dann auch bei den Fans vielleicht in Sachen Sympathie nochmal weiter aufgestiegen in der Leiter. Wir stehen mal wieder nicht in der Startformation. Ja, vielleicht auch, weil das letzte Spiel gar nicht so lang her ist. Oskar anstelle von uns gegen Werder Bremen gehen wir rein. Drei Punkte eigentlich Pflicht. Die holen wir auch Lewak, Napri und Sané. Und damit lassen wir Bremen gar keine Chance. Aber auch der BVB bleibt im Gleichschritt weiter da. Es ist tatsächlich brutal. Übrigens, es gab die Statistik. 11 Spiele auswärts. Wir haben 10 davon gewonnen. Beim BVB war das Ganze bezogen aufs Heimspiel. Ja, 11 Spiele zu Hause. 10 davon gewonnen. Also man muss sich dann halt das Ganze auch erstmal vorstellen. Es ist brutal, was das für eine Qualität ist. Der BVB liegt wieder mal vor. Und wir müssen wieder nachziehen. Und da ich noch ein bisschen Zeit habe, würde ich sagen, gehen wir auch noch rein gegen Schalke. Zumindest Vollgas in der ersten Halbzeit. Dann können wir uns immer noch auswechseln lassen, dass wir fit sind für die nächsten Spiele. Denn nach Schalke geht es weiter. Ja, mit Hannover. Dann haben wir Leipzig. Später folgt der Pokal ja auch noch gegen Hoffenheim. Wir haben jetzt hier ein bisschen Zeit zur Regeneration. Den nehmen wir auch dankend an. Aber trotzdem gegen S04 auch einer unserer ehemaligen Klubs. Mit dem haben wir angefangen. Da wollen wir auf jeden Fall Vollgas geben jetzt. Und dann wird auch der Jubel angepasst. Respekt soll. Denn sollten wir treffen, werden wir diesen Jubel anwenden. Ich hoffe, er macht ihn dann auch. Schalke trifft auf Bayern auswärts in der Felddienst-Arena. Aber auswärts fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Wir haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, noch kein einziges Spiel verloren. Seitdem wir jetzt hier beim FC Bayern München sind. Also seit der Wintertransferphase sind wir als, ja, ich sag mal, Erfolgsbringer auch mit dabei. Jetzt aber S04 keinesfalls unterschätzen. Wir wissen, auch da sind Spieler mit dabei, die individuell eine ganz andere Klasse haben. Und auch spätestens, nachdem wir gewechselt sind, konnte man mit dem Geld ein bisschen was einkaufen. Weston McKennie ist unter anderem auch mit dabei. Jetzt kommen wir direkt mal hier die Kontermöglichkeit. Lewandowski vorne schicken. Wäre natürlich von Vorteil, wenn wir hier direkt mal Tore erzielen. Aber Stambouli macht das gut. Läuft Sané ab und Schalke zeigt direkt mal auch von vornherein. Hey, so komplett abschießen lassen wir uns auf gar keinen Fall. Jetzt Balleroberung. Wir machen aber von vornherein direkt Druck. Das ist Lewandowski. Die Google darf gerne nochmal zu uns. Und dann ist der Ball drin. 15. Minute. Respektzollen. Macht er den? Wie mache ich denn den Jubel? Ne, so viel zum Thema. Jubel eingestellt. Ich drücke auf X, weil ich eigentlich immer nur auf X jubel. Und er jubelt erstmal komplett, obwohl eigentlich Respektzollen angesagt war. Weltklasse gespielt. Und damit unterstreicht es auch nochmal die Connection Lächels bzw. Fratello und Lewandowski. Das harmoniert einfach. Bam. Siebtes Tor. Wir sind wieder da. Führen gegen S04. Und das nach 15 Minuten. Die eigentlich den Anschein gemacht haben, dass sie sich nicht komplett hinten rein zwängen lassen wollen. Aber wenn wir halt mal Gas geben, dann ist es halt das Einzige, was übrig bleibt. Das muss man zur Verteidigung von S04 auch dazu sagen. Jetzt kommen wieder wir Lewandowski. Ja, das wäre aufs Heiß gewesen. War dann nicht gut von mir. Schalke kommt besser ins Spiel. Ja, wir haben irgendwie, warum auch immer, zwei Gänge zurückgeschaltet. Verlagern uns aufs Kontern. Das könnte funktionieren. Das würde auch funktionieren, wenn man halt hinten drin schnell nach vorne kommt. Das war bisher erst einmal der Fall. Aber so wie hier Hernandez, dann war es wohl ein Handspiel. Aber das wäre wieder so ein typischer Konter gewesen. Jetzt kommt hier Vieira. 32. Minute. 26 Meter Torentfernung. Schalke versteckt sich jetzt nicht und die haben irgendwie durch das Gegentor so jetzt die ganzen Respekt verloren. Und das aber nicht negativ gemeint, sondern positiv für S04, weil sie jetzt frech nach vorne spielen. Sie haben nichts mehr zu verlieren und dementsprechend ist das jetzt so mäßig die Devise in dieser Partie. Nächster Kopfball, die kommen immer wieder. Also Schalke ist hier noch nicht komplett abgemeldet. Und da stellen sie seit dem Gegentor eindrucksvoll unter Beweis. Aber jetzt gibt es die Konterschance. Eingeleitet von Robert Lewandowski auf uns. Und dann ist es der Doppelpack. Es ist der Doppelpack. Ich habe den Jubel jetzt nicht übersprungen, aber ich wollte halt eigentlich jubeln. Ja, dann doch übersprungen. Aber dann haben wir schon mal nicht vor der Fankurve komplett gejubelt. Es steht 2-0. Es ist halt jetzt saubitter für Schalke, weil tatsächlich zwischenzeitlich absolut mehr drin war. Ja, sie haben wirklich ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Waren immer wieder auch mal vorne. Und jetzt dann halt der Doppelpack von uns und vielleicht sogar der Dreierpack. Lupenreiner Hettrick, weil Gnabry das Ding nochmal auf uns legt. Es ist dann jetzt auch brutal. Ja, weil eine 1-0-Führung hätte ich unterschrieben. Wobei fast die auch schon ein bisschen zu hoch gewesen wäre. Gnabry auf uns. Lewandowski auch wieder mit dabei. Neunte Saisontor. Ein lupenreiner Hettrick. Ich glaube, unser Erster in der kompletten Spielerkarriere hier. Und damit war es das dann auch für Schalke. Die einem aber leidtun können, weil sie eigentlich kämpferisch, aufopferungsvoll, komplett das gute Spiel abliefern. Das muss man sagen. Die machen es echt in Ordnung. Und genau das sagt halt auch die Statistik. Die haben mehr Ballbesitz als wir. Sie haben insgesamt sechs Schüsse. Davon war es halt auch vielleicht mal nur so ein paar Dinger, die der Neuer haben muss. Es war auch noch kein Hochkaräter mit dabei. Aber wir haben halt drei Schüsse. Das ist das Einzige, was bei uns auf der Anzeigetafel auch steht. Denn wir haben mit drei Schüssen drei Tore erzielt. Und das ist halt das, was so bitter für Schalke ist. Aber genau das ist dann halt auch mal die individuelle Qualität, wie es solche Unterschiede machen kann. Wir geben jetzt noch mal weiter Vollgas. Sind wieder mal hier im Sechzehner. Jetzt suchen wir auch mal Lewandowski. Denn ich will es auch nicht immer alleine machen. Lewandowski vorne, kein Abseits. Lewa, Lewa, Lewa. Ball in die Mitte. Beinahe nochmal auf uns. Ja, ich glaube, das war es dann halt für Schalke. So drei Tore zu kassieren nach so einer richtig guten ersten Halbzeit. Das ist dann halt auch für die Moral und Selbstvertrauen nicht unbedingt fördern. Lange nichts mehr passiert. 20 Minuten vor Ende der Partie. Ich habe dann auch die Auswechslung angefordert. Dementsprechend würde die jetzt dann auch über die Bühne gehen. Aber nicht nur ich gehe, sondern auch Lewandowski. Dafür kommt Coman und der andere war wahrscheinlich Luka Jovic. Die restliche Spielzeit wird simuliert nach dem 3-0 hier. Bleibt es dann auch dabei. Ja, es kam Jovic für Lewandowski. Und auch noch Opa Meccano ist gegangen. Neuhaus rein. Muciele auch noch. Fratello, Fratello, Fratello. Guckt euch die Statistik an. Warum steht hier jetzt nur drei Schüsse Schalke? Es stand eigentlich sechs Schüsse Schalke schon zur Pause da. Es sind bis hierhin keine dazugekommen. Das irritiert jetzt etwas. Aber gut, 3-0. Hedrick, wir sind da. Und Schalke halt komplett am Boden. Aber ich glaube, sie haben sich trotzdem richtig wacker geschlagen. In der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter mit der Bundesliga. Und auch dem Pokal-Halbfinale gegen Hoffenheim. Das und vieles mehr findet ihr in der nächsten Folge. Vielleicht packen wir die dann auch zusammen in eine. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, was ihr das Video seht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.